ARD Text im Auftrag von Funk 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 Okay, okay. Hab ihm Headshot gegeben. Das war, das war krank grad. Das war richtig krank. Nice, Mann. Wie viele Kills hast du immer? Kulz! Einfach reingehen? Komm, ich geh einfach rein. Ich hab'm Chuck Chuck. Lass ihn mal trollen, aber richtig. Lass ihn einbauen, ja. Ich bin mit ihm in einem Ding. Ich hab oben zu gewonnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Rein genockt. Und er hat absolute Barber. Ich hab nichts Wort, ey. Geil. Bei mir ist jemand. Munition. Ich bin dead. Nein. Hab drei... Hab drei Stück gekillt. Ey, nur noch... Wieder schon. Noch immer Munition. Holz und Metall gefunden. Noch mal Munition. Alter, wirklich. Keine Shotgun. Alter. Auf das Dach. Da ist noch einer. Oder? Ne, das ist dead. Nun, den hab ich ja gesehen. Der Mitte wurde gebaut. Ja. Ja. Fein. Oh mein Gott. Wow. Das war ein fucking 360, alter. Alter. Oh mein Gott. Da kommt noch einer. Das ist 360. Das war ein 360. 5 HP. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, das. Das war ein fucking Sinn. Ich weiß nicht, das. Ich weiß nicht, das. Das war ein fucking Sinn. Das ist gut. Ja. Ich hab ihn aus der Luft geholt. Nein. Nein, bei mir ist jemand. Der ist hochgewandt. Mhm. Ich brauche meine Waffe. So, ein Headshot gegeben, alter. Hier liegt. Mein Gott. Hier ist noch einer. Ja. Ich brauche bloß, äh. Ja, ich brauche bloß, äh. Ja, ich brauche hier. Ich brauche hier. Ich brauche die Hilfe. Ich kann dir ein paar Stand nehmen. Ja, ich brauche hier. Ich brauche hier. Ja, ich brauche hier. Ja, ich brauche hier. Du musst mir helfen. Das war's für heute.